Schön, dass du da bist. In diesem Video stelle ich mich kurz vor und erstmal in der Essenz, was ich mache, ist, Menschen, die Gefühle haben und die Gedanken haben, dabei zu unterstützen, mit diesen Gedanken und Gefühlen klar zu kommen und sich denen nicht mehr ausgeliefert zu fühlen, im Sinne von Hilfe, da ist ein Gefühl, ich kann nichts machen, oder Hilfe, meine Gedanken kreisen, ich kann nichts machen, sondern zu verstehen, was da drunter liegt und zu verstehen, dass Gedanken und Gefühle nur ein Feedback sind von etwas, ja, tieferem und dass es ganz, ganz einfache Tools gibt und Methoden, wie man jedes Gefühl verändern kann, mit Liebe, mit Annahme, bis hin zu Trauma oder Panikattacke, das ist meine eigene Erfahrung, das heißt auch, egal wie groß die Geschichte ist, was das bedeutet, weil Trauma ist nur ein Wort, Panikattacke ist nur ein Wort, Lebensthema ist nur ein Wort und wenn man mit dem arbeitet, was da drunter liegt, dann ist es möglich, ja, dass sich sehr, sehr schnell Dinge ändern, nur haben wir das in unserer Gesellschaft nicht gelernt, das heißt, überhaupt mit Gefühlen umzugehen und diese Wahrnehmung zu haben, da ist was in meinem Körper, ich spüre das, das ist, also das ist, ich nehme das über meinen Sinneskanal fühlen wahr und das hat keine physikalische Ursache und andere denken vielleicht, ich bin verrückt oder sagen, du bildest dir das nur ein oder was auch immer, ich selber habe vielleicht Scham oder Schuldgefühl oder denke, das sollte da nicht sein, versuche dann, das zu unterdrücken entweder oder irgendwie wegzumachen und nichts davon funktioniert und das finde ich sehr, sehr traurig, weil ein Großteil von dem, was uns Menschen ausmacht, sind doch Gefühle und Gedanken, das ist, wie wir die Realität erleben und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh, über diese Tools gestolpert zu sein und die jetzt im Rahmen meiner Arbeit mit anderen zu teilen, was mir selbst geholfen hat, das sind Tools, die ich fast jeden Tag selbst anwende und ja, das war so meine Reise, kann ich sagen, die letzten zehn Jahre seit meinem Burnout, dass ich geschaut habe, was kann mich dabei unterstützen, ein glückliches und erfüllendes Leben zu führen, ein Leben, das mir entspricht, mein Leben, nicht das von jemand anderem skopieren, nicht den Erwartungen der Gesellschaft, ja, die erfüllen zu versuchen, in irgendeiner Box zu passen, sondern zu schauen, wer bin ich und ja, mir den Raum geben, mich selbst zu entfalten und das hat damit begonnen, dass ich festgestellt habe, ich bin nicht glücklich, ich hatte einen Burnout, wie gesagt, ich war komplett am Ende, ich war am Boden zerstört, ich konnte nichts außer heulen, essen und schlafen, ich bin nur aufgestanden, weil die Decke, die weiße Wand irgendwann langweilig war und ich einfach eine visuelle Abwechslung haben wollte und es war wirklich der Tiefpunkt in meinem Leben, ich habe mich komplett gescheitert gefühlt, es hat nichts funktioniert und ja, von da an war es eben ein langer Weg, teilweise auch steinig, um da hinzukommen, wo ich jetzt bin und ich sehe auch gleichzeitig, dass all die Herausforderungen, die ich hatte, wie ich daran gewachsen bin und dass da auch sehr viele Lernerfahrungen drinstecken und ich sehr viel Gutes gefunden habe, was ich eben jetzt weitergebe. Ich könnte hier wirklich Stunden erzählen, also ja, an diesem Moment habe ich das Gefühl, dass meine Arbeit auf das nächste Level geht, das heißt, ich baue gerade diese Webseite auf, es wird einen Online-Shop geben mit geführten Meditationen, das ist so der Einstieg, das heißt einfach Kopfhörer auf, Tiefenentspannung und ein Problem löst sich, quasi wie von alleine, das ist jederzeit dabei, du kannst es auf dein Smartphone packen, es kann dir so oft helfen und dich unterstützen, wie du magst. Und der zweite Punkt ist das Authentic Network, wo ich mich sehr darüber freue, dass das jetzt stattfindet, das ist eine Gemeinschaft, also ein Netzwerk, wo wir zwei monatliche Zoom-Treffen haben und wo wir, ja, es ist eine Mischung aus Gruppencoaching, Community und auch Online-Workshop, wo ich einfach die hilfreichsten Tools teile und es geht darum, die anzuwenden, das heißt wirklich so ähnlich wie Autofahren lernen und plötzlich kannst du von dann nach B fahren, die Tools zu lernen, um mit deinen Gefühlen umzugehen, um Blockaden, Selbstsabotage-Programme und so weiter selbstständig zu lösen und das eben auch mit anderen, das heißt auch andere dabei zu unterstützen in Partner-Sessions, ist sozusagen eine Coaching-Flatrate, weil, ja, wer dabei ist, wird zu einem immer besseren und noch besseren Coach. Das ist meine Erfahrung und das ist, ja, es liegt an den Tools, also liegt auch nicht an mir, sondern ich weiß, dass diese Tools funktionieren und das macht die Sache so schön. Genau, und der dritte Punkt ist 1-zu-1-Coaching, biete ich in einem kleinen Rahmen an, ja, weil meine Zeit einfach begrenzt ist. Das sind so die drei Ebenen, die ich gerade anbiete. Außerdem habe ich meinen YouTube-Kanal, wo ich super, super viel kostenlos teile und auch wenn du Fragen hast, kannst du gerne kommentieren, kannst dich melden, auch mit Themenvorschlägen und, ja, das ist erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass du da bist, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und, ja, als letzten Punkt, was ich sagen kann, meine Erfahrung ist, dass egal, wie grässlich es sich mal anfühlen kann, manchmal, egal, wie groß die Ängste sind, es steht etwas dahinter und wenn sich das löst, dann verändern sich Ängste, dann kann sich dieser Ausdruck, können sich Gedanken und Gefühle so unglaublich schnell verändern. Dass es für mich jedes Mal eine riesige Überraschung ist, eine riesige Freude, Erleichterung und gleichzeitig erfüllt es mich auch mit Demut zu sehen, ja, wie schnell Veränderung möglich ist, wenn man die richtigen Tools hat. Das für heute, schön, dass es dich gibt.